MAKING 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 Hallo liebe Metal Games Zuschauer Jo hier Metal Games und so Ich bin Multiplayer Legend und leider ist der Martin, der Madner ist nicht dabei Denn er ist leider im Krankenhaus Ich werde höchstwahrscheinlich OHH Höchstwahrscheinlich morgen dazu noch kommen Also ich werde das erläutern, erklären, was weiß ich Auf jeden Fall ist er im Krankenhaus und wird operiert Zweimal, wurde schon einmal operiert Aber Naja Die Zeit geht weiter Videos kommen Genau Manchmal gehen sie auch Ja, aber ich habe heute den Luca dabei Auch in der Videobeschreibung natürlich verlinkt Denn ich bin ja ein hotter Boy Natürlich kriege ich nur Scheiße Hier, den Kompass lasse ich da liegen Der hat gerade einer aufgehoben Man hört zu plupp Das hier ist ein kleines Unnötiges Special Denn Unnötig Ja, Special kann man es nicht nennen Aber Weil Martin nicht dabei ist, habe ich ja den Luca dabei, wie gerade eben gesagt Ähm, ich werde jetzt hier drei Runden rumzocken Minecraft Und ja Und danach, ähm, kommt noch ein Video raus, wo Luca dann drei Runden zockt Ich habe gerade schon drei Runden gespielt, aber ich hab den Ich hatte mich gemutet Ich glaube, sowas sollte man noch vorher nachgucken Ja Aber naja, man kann nicht immer alles wissen Bip, 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 äh, da hat es draußen gerade gehoopt 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 Wie macht der Weihnachtsmann? Ho, ho, ho Hätte ja was hinter sein können Ey, ich habe nur Schuhe an Ich esse einen Kuchen Kuchen Ey, in so einem großen Haus ist nur eine einzige Kiste Ach, die gibt's halt Mann, Mann, Mann Das sind aber schöne Kacheln Uns leben noch so viele Na, das ist die Kiste, wo ich vorhin dran war Oh, nöööF Guckst du GLP? Ne Der hat ja noch ein... also er hat mehrere Kanal... Kanäle Und auf einem Kanal hat er, also ich glaube, German Let's Trash Oder so heißt der Da kommt ein Typ vorbei Er hat ein Schwert Er hat ein Schwert Das war's Keine. Waa... MMMMMMMM! Ja... und schon ist die nächste Runde wieder drin... Ich hasse es, maaaannnnn... Oh nein, jetzt rüberk ich da richtig aus. Ja, ich rast mich aus. Wo war ich stehen geblieben? Weißt du das? Ähm, ja, ja, ja. Genau, genau. Ja, auf jeden Fall, da hat er irgendwie auf so einer Seite irgendwas mit Karaoke, und dann hat er voll viele Lieder da gesungen. So, and I will always love you. Richtig geil. Und dann singt er da einfach mit ganz vielen Abonnenten, also er twittert das einfach, ja, jetzt kommt mal eben da auf die Seite und so, und dann, voll geil. Und er wurde einmal sogar Zweiter. Und wenn man gegen Mädchen singt, dann hat man ja eigentlich meistens schon eh verkackt, außer wenn man diese Zussendaff aus von YouTube hat. Genau, genau, CM. Insider, Insider. Folgt mir auf ins Schokoland. Hallo liebe Kinder, folgt mir. Ich habe ganz viel überlagert im Auto. Ich hatte doch gerade einen Steinschwert in der Hand. Das ist ein Rollschwert. Ich mach hier Nummer. Ihr seht dels auf dieser Stücke. Bährechen, knalige hu коли. Du seht, jeste die Fehlschwert. Ich sprege sie dir. Bum, 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 bum. F und ich hasse die Bewerb oder der Unterricht da ist das denn die der die hoch wo das ist das gibt man ja ein dir ein dir habe ich in der kiste gefunden die haben die Sticky auch oder? ja das geht aber schnell fuck alter von hinten kommt auch noch alter hallo jetzt was geh ich geh zum boah dann bist du im Mars of disaster das war ein und jetzt rechts jetzt machte es kommt einfach niemals zu mir alter die Flasche mir vorbei die Flasche an mir vorbei ach ach was kommt so mit deinem Diabonierke ich mach abstauber ja ja das hat er nicht erwartet genau überhier ach dir schnell die Sachen an eiskalt alter er hält mir die Augen zu ich mach einfach abstauber alter ach wie geil scheiße von hinten kommt einer aber eigentlich müsste ich den sofort machen ey der hat gar keine Rüstung an ich bin richtig schlecht im Bogen schießen manchmal habe ich voll Skill Deathmatch ach ach naja hab ich nen Feuerzeug dabei ne leider nicht könnte ich nämlich meinen ganzen Kack hier verbrennen hm da muss ich einfach irgendwo was hinwerfen so dass es niemand kriegt ja da da unten bup 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 oh nein da hab ich gar nicht angezogen ich Idiot bup äh hab ich irgendwo noch was besseres ne ich glaub nicht Entschuldigung ne 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 hab sie ja extra eingestellt damit die gegessen werden könnten aber ein B ein bisschen weich sein ich weiß es nicht musste mal fühlen ich glaub du würdest gehen da müssen wir recht persönlich sein Alter ich bin richtig schlecht im Bogen schießen ich weiß auch nicht warum hast du ja ein Bogen schießt ne ne was hat er denn für ne ekligen Skin hehehe das machst du alle oh da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher ey das darf jetzt nicht sein ja renn doch man ey was soll das jaaa ey Leute ne komm ja ne meine Fresse ihr seht ja ey wie abgefuckt dieses Dreckspiel im Moment ist maaaan da auf einen Bonbon nimm Zweig hehehe hehehe nimm doppelt so viel wie angegeben ha hm hehehe ich find das Game im Moment so richtig abgefuckt weißt du der eine steht da mit richtig viel an Eisenrüstung was ich gut gebrauchen hätte können ähm einfach so im Haus und schlägt ihn irgendwo in die Luft hm Was sind wir als BO2? Mit Methan und Alper? Freunde, einer hat sich ja vorhin derbe geportet. Ich glaube, das sieht man hoffentlich sogar in der Aufnahme. Ich hasse das. Man kämpft gegen Leute und die porten sich einfach richtig krass weg. Das sind so die Richtigen, ne? Dann kann man aber auch meistens nicht mehr helfen. Die Map ist eigentlich locker focky hier. Ja, aber leider habe ich gerade nichts. Na, wir hier in die Ecke stehen, bester Kevin. So das ganze Spiel, weißt du? Oh, na super, von da hinten kommt einer. Hatte ich schon mal, ne? Einem Deathmatch, der hatte wirklich überhaupt nichts. Und da denkt man sich auch, warum? Warum? Der würde nur cool sein und ein Screamt-Monster ein Deathmatch ist. Guck mal, ich bin ein No-Hand. Von da findet man eine Kiste, wo eigentlich noch niemand war. Aber, die ist leer, ja, natürlich. Aber, warum, dass eine Kiste in der Mitte wäre, weil das wäre echt schass. Das war so komisch. Es waren vier Leute. Von jeder Seite eins, ne? Ne. Eigentlich so zwei Kisten, eine war leer, wo der eigene nach rechts gegangen ist. Die war rechts von mir, also links von oben. Okay. Links von hier, nur so ein Kuss. Ich verstehe. Na, komm gleich hier. Alter! Ja, meine Fresse. Ich sehe jetzt ja, wie abgefuckt das Spiel im Moment ist. Die kommen einfach immer irgendwo her, Mann. Ich hasse das. Alfredo! Aber naja, ihr seht dann gleich in der nächsten Aufnahme, den Luca am Spielen. Tschüss! Tschüss!